Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Heute bin ich hier bei Liebenzell. Und ja, hier ist, dahinter ist die Burg. Also man sieht es vielleicht ein bisschen. Und ja, genau. Mal gucken, ob es da hingeht. Oder vorne war ein Weg irgendwie. Und mal gucken, wo es noch geht. Ja genau, gehen wir ein bisschen wandern. Mondbachtal. Gehe ich übrigens. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst das. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Also ja, es geht eigentlich weit um ein Video. Ja, jetzt gehe ich gerade Richtung, ähm, na. Mondbachtal. Das ist quasi, äh, wie schon heißt ein Tal. Und dann ist innen drin ein Bach in der Mitte. Und rechts und links kann man laufen. Und dann gibt es glaube ich auch so Steine, wo man drüber laufen kann über einen Bach oder so. Wenn man da reinfällt. Ja, aber sonst. Richtig geiles Wetter. Zirka 20 Grad schätze ich jetzt mal. Vielleicht 18 oder so. Ähm. Ja. Ja. Ja, das ist hier. Gebung hier. Finde richtig toll aus. Ja. 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 Ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ein alter kleines witz stand ich bin jetzt hier gibt es auch so Treppen und ja so Übungen kann man da machen ne genau da kam ich und da geht es eigentlich hoch und nicht runter eigentlich war der Moobachtal von der unten Tal sagt schon alles ne dann gehen wir mal weiter Musik 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 also hier sind wir gerade und ja mal gucken wo wir hin müssen ja genau so also hier ist Bach ich komme dem Moobachtal schon näher der Schlucht genau so eigentlich sind wir schon da hier ist auf jeden Fall Moobachtal an mehr oder weniger weil wir nicht laufen weil es einfach zu dunkel ja genau da muss ich mal noch weiter gehen aber man wird duscht da muss ja auch nicht zurück weil ich meine jetzt haben wir es auch schon kurz vor dem Vieren ja ja gut war es eigentlich auch schon wieder und danke für das zugucken ich war ne blöd ein bisschen bin das blöd ich kann ja dank für zugucken bitte nicht mal tschau das war ja suprem klatsche 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 So, also da geht es wieder hoch, jetzt mache ich noch den Rückweg, da kam ich her und jetzt geht es hier hoch, anstrengend, auf soll ich es mal, wenn man wandern geht, ne? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, also wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt ankommen wieder, nachschnitts Auto, ne, geht ein paar Sonne runter, ja, und dann, ja genau, ne. Musik 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 Musik